Hast du schon gehört? Rapper 18 Karat wird Vater. Und das, obwohl er im Gefängnis sitzt. Dass der Rapper zum ersten Mal Vater wird, hat seine Ehefrau Maja bei Instagram verraten. Wir sind Gangster, Gangster, ihr seid Pisser oder Blender. Das rappt dieser junge Herr da. 18 Karat. 18 Karat sitzt seit 2022 im Knast. Der Grund, es wurde ihm nachgewiesen, dass er mehrere Kilo Cannabis nach Deutschland geschmuggelt und hier gewinnbringend weiterverkauft habe. Und 18 Karat, der weiß auch genau, wovon er da rappt, denn er hat sich mit dem Miri-Clan eingelassen. Im Juni 2025 wird der Rapper das erste Mal Vater. Gezeugt wurde das Kind vermutlich bei einem kleinen Schäferstündchen im privaten Familienzimmer des Gefängnisses. Gegen die Miris wurde er ja schon wegen Mordes, wegen Waffenbesitz, Drogenbesitz und vielen weiteren ermittelt. Zur Geburt wird der Rapper laut Maja dabei sein. Vermutlich wird 18 Karat demnächst in den offenen Vollzug verlegt. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.